Urlaub Urlaub ist ja angeblich die schönste Zeit. Allerdings, wer hat bei seinem Ferientrip nicht einmal völlig daneben gegriffen? Bei Ölwechsel ist den Protagonisten genau das passiert. Die Präsidenten Suite ist eher eine Besenkammer. Die einzig funktionierende Toilette befindet sich im dritten Stock und dabei ist sie bei diversen Sandmahlzeiten dringend vonnöten. Das sind freilich nicht die einzigen Verwicklungen. Die Moosbühne Graf Hallberg hat mit dem Stück wahrlich klug gewählt. Das ist der Schubkornlöder von Kanerlacken. Das ist der Kreuzer bei deinem Kopf. Das ist der Kreuzer bei deinem Kopf. Das ist der Kreuzer zum Tor, ich bin so witzig, der auch zu stressen. Das ist der Kreuzer.